Jörg Meuthen, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Ist das heute ein bitterer Tag für Sie oder für die AfD? Ach, so würde ich da gar nicht rangehen. Es ist für mich ein Tag eines Abschieds. Der tut auch weh, da will ich keinen Hehl draus machen. Das waren 8,5 Jahre Arbeit. Es ist für mich aber zugleich auch ein neuer Anfang. Es ist beides. Der rechtsextreme Flügel ist aufgelöst, hieß es immer aus der AfD. Das war dann ja wohl immer ein formales Feigenblatt. Tatsächlich, sehen wir heute, hat der Flügel gewonnen. Björn Höcke wünscht Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg mehr Zufriedenheit. Das ist sehr freundlich von Herrn Höcke. Ja, aber das heißt doch, dass die ganze Zeit dieser Flügel, den auch Sie immer als aufgelöst bezeichnet hatten, in Wirklichkeit die Fäden zieht in der AfD. Schauen Sie, der Flügel, der begann institutionelle Strukturen zu entwickeln. Dagegen haben wir uns gewendet und den haben wir aufgelöst. Und das geschah auch. Das heißt natürlich nicht, dass die Menschen, die sich dieser Gruppierung zugehörig fühlten, auf einmal weg sind. Die waren weiterhin da und Parteimitglieder, und die arbeiten weiter. Und ich habe immer gesagt, wir haben in dieser Partei im Kern zwei Strömungen. Eine bürgerlich-konservativ-freiheitliche und eine eher nationalkonservativ-in-Teilen-völkische. Das war immer der Grundkonflikt in dieser Partei. Und er ist bis zum heutigen Tage. Aber mit dem heutigen Tage zieht sich die eine Strömung in Ihrer Person nämlich zurück. Und Sie sagen heute, totalitäre Anklänge habe Ihre Ex-Partei seit heute. Etwas Sektenhaftes machen Sie da aus. Das sehen ja andere Beobachter schon viel länger so als Sie. Was konkret hat Sie denn jetzt zu diesem Schritt bewogen? Oder vielleicht anders gefragt, wer hat Sie dazu bewogen? Also es waren keine konkreten Personen. Es ist eine Kette von Ereignissen, die dann langsam dahin geführt hat, dass ich zu der Erkenntnis gelangt bin, dass der Weg von Maß und Mitte, der Weg von Disziplinierung und Professionalisierung, den ich immer angemahnt habe, und ich habe das sehr, sehr entschieden getan, und ich erinnere an den Parteitag in Kalkar, der ja fast tumultartig dann verlief aufgrund meiner Brandrede, dass dieser Weg tatsächlich nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Und dass ich mich mit den Vorstellungen, welchen Weg die Partei nehmen müsse, nicht durchsetzen konnte. Aber Herr Meuthen, ich muss da noch mal nachfragen, weil woran konkret machen Sie das denn jetzt alles fest? Sie sagen, ich kenne den Laden von innen. Das ist ein Zitat von Ihnen von heute. Was können Sie denn den Deutschen jetzt heute Abend über diese Partei sagen, was Sie als Parteichef nicht konnten oder nicht sagen wollten? Also ich verstehe Ihr Interesse, dass ich da jetzt ganz viele Geschichten erzähle. Ich möchte nur nicht unfair sein und nachtreten. Wissen Sie, da sind auch Menschen... Herr Meuthen, Sie sollen nicht ganz viele Geschichten erzählen, sondern wir versuchen einfach rauszufinden, was Sie zu diesem doch sehr, sehr krassen Schritt bewogen hat heute. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe im Bundesvorstand im August letzten Jahres massiv dafür geworben, ein Parteiausschlussverfahren gegen ein Mitglied durchzuführen, das sich als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat. Weil ich sage, da werden Grenzen überschritten, die sind völlig undenkbar, auch wenn das vielleicht in einer internen Kommunikation gelaufen ist. Dahinter steckt ja eine Geisteshaltung. Und ich habe dort, und das ist seitdem mehrfach passiert, festgestellt, dass die Mehrheit, die ich im Bundesvorstand hatte, mir nicht gefolgt ist. Ich habe mich zu Teilen gefühlt wie ein Feldherr, dessen Soldaten sich in die Büsche schlagen, weil auch andere Überlegungen für die eine Rolle spielen. Und wenn man sich dann mehrfach nicht durchsetzen kann, und das ist mir so geschehen, und es ließen sich weitere Beispiele nennen, dann fragt man sich, ob man mit dem Kurs, für den man mit Herzblut steht, ob man mit diesem Kurs noch erfolgreich sein kann. Und ich habe gemerkt, ich bin es nicht. Und ich habe gesehen, dass ich den Weg ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mitgehen kann. Ich bin sehr beharrlich im Verfolgen meiner Ziele. Und ich werfe die Flinte nicht gleich ins Korn. Sondern ich versuche, solange es irgend möglich ist. Und ich sage, es ist ein Punkt gekommen, an dem es nicht möglich ist. Und daraus ziehe ich die Konsequenz und trete von meinen Ämtern zurück und aus der Partei aus, weil sie einen Weg nimmt, den ich nicht mitzugehen bereit bin. Das heißt, in der AfD nach Ihnen, würden Sie das so sagen, kann man sich jetzt als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnen? Darüber müssen die befinden, die da sind. Ich bin nicht mehr da. Ich habe dazu eine klare Position gehabt, wie zu anderen Dingen auch. Es hat keine Mehrheit dafür im Bundesvorstand gegeben. Dann ging es an ein Landesschiedsgericht. In diesem Landesschiedsgericht hieß es dann, eine Ämtersperre braucht man vielleicht auch nicht. Nicht eine Abmahnung tut das. Und das ist genau die Verweichlichung von Positionen, die ich nicht mitzugehen bereite. Aber was sagt denn das über Ihre Partei, bis heute Ihre Partei? Das heißt, dass eine Abgrenzung, die mir zwingend notwendig erscheint, nicht in der notwendigen Härte und Schärfe vorgenommen wird. Der Verfassungsschutz will ja die AfD beobachten, wegen rechtsextremistischer Bestrebungen. Sie sind ja jetzt quasi der beste Kronzeuge dafür, oder? Als solcher fühle ich mich nicht. Ich bin auch kein Innenpolitiker. Ich bin kein Jurist. Ich nehme politische Wertungen vor. Und meine politische Wertung ist, dass die Partei einen Kurs nimmt, mit dem ich nicht einverstanden bin und den ich auch nicht mitzugehen bereit bin. Ich will eine konservative Politik, keine Reaktionäre. Ich will eine freiheitliche, keine beliebige. Ich will eine patriotische, aber keine nationalistische Politik. Das sind die Positionen, die ich habe. Und es geht eindeutig in die andere Richtung. Und daraus ziehe ich die für mich logische Konsequenz, dass es meine Partei nicht mehr sein kann. Das muss jeder Einzelne für sich selbst entscheiden. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, das sind Ihre Positionen. Aber wenn man mal ein bisschen zurückguckt und so weit muss man da gar nicht zurückgucken, Herr Meuthen, das ist schon ein erstaunlicher Sinneswandel, den Sie da letztlich durchgemacht haben. Sie haben noch 2020 in Interviews gesagt, die Haltungen des rechtsextremen Flügels, die seien legitim. Sie haben davor gesagt, der Flügel ist selbstverständlich ein integraler Bestandteil der Partei. Also man muss sagen, wenn es Ihnen taktisch half, dann haben Sie da durchaus paktiert. Muss man mit dem heutigen Tag eigentlich sagen, Sie basteln im Grunde genommen einfach nur an einer Legende für Ihre Person? Nein, das ist eine Erzählung, die sehr gerne bemüht wird, die so aber nicht stimmt. Sondern ich habe mich immer da, wo ich es erkannt habe, gegen Entwicklungen gewandt, die ich für indiskutabel hielt. Das habe ich schon im Jahr 2016 gemacht, als ich gesagt habe, ich setze mich nicht mit einem Antisemiten in eine Fraktion. Und ich habe alles dafür getan, dass dieser Mensch dann nicht in der Partei bleibt. Das ist im deutschen Parteienrecht nicht einfach. Das hat vier Jahre gebraucht. Ich habe Ihnen aber gerade auch Zitaten von 2020 vorgelesen, wo Sie sagten, die Haltungen des Flügels sind legitim. Ich bin auch durchaus der Meinung, dass man in einer freiheitlichen Demokratie ein breites Meinungsspektrum tolerieren muss. Deswegen muss ich mir diese Meinung nicht zu eigen machen. Das habe ich nie gemacht. Auch als ich noch davor mal auf Treffen von denen war, habe ich immer gesagt, das sind Positionen, die nicht meine eigenen sind. Ich habe in einem Punkt geirrt, und das gestehe ich frank und frei ein, ich habe das für weit weniger dominant gehalten. Ich habe gedacht, wir machen einen integrativen Kurs, und wir versuchen es zusammenzuführen zu einer gesamten konservativen Partei. Man kann nicht hingehen und kann sagen, ich akzeptiere nur meine Position. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Positionen, die etwa ein Björn Höcke vertritt, ganz und gar nicht meine Positionen sind. Aber wenn man zu einer größeren Partei werden will, dann versucht man zu integrieren. Dieser Integrationskurs ist gescheitert, weil die versucht haben, und das nicht ganz erfolglos, nicht der Flügel zu sein, sondern, wie mal jemand ganz klogisch gesagt hat, der ganze Vogel. Das geht nicht. Herr Meuthen, ganz kurz noch, wo sehen Sie die AfD in den kommenden Monaten? Ich habe mir zwei Fragen gestellt vor dieser Entscheidung. Die eine ist, wie wird der Weg dieser Partei sein in Zukunft? Und der andere, kann ich das mitgehen? Und Sie fragen jetzt nach der ersten Frage. Ich glaube, dass die AfD eine Entwicklung nimmt, die keinen weiteren politischen Erfolg in diesem Land verheißt. Weil sie sich einfach in eine Richtung bewegt, die diesen Erfolg nicht hergibt. Und ich muss Ihnen sagen, aufgrund meiner eigenen Position, das halte ich dann auch für richtig. Jörg Meuthen, bis heute AfD-Chef. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Severs.